hallo hier ist der christoph von schnauz 58 und ich bin mal wieder überlegt es wird gerade hell dass man filmen kann und ich möchte heute morgen mal ein paar pilze suchen gehen bis später es ist jetzt halb sechs halb sieben sechs uhr 30 jetzt noch alles ruhig noch keiner unterwegs ganz alleine das haben wir glück und sehen ein stück bild mal sehen da geht es lang ich habe schon nicht erkannt jetzt jeder ab sehr schöne aufnahme klasse so jetzt bin ich angekommen gehe jetzt hier rechts den berg hoch ist noch ziemlich dunkel im wald ich weiß ja nicht ob man sich richtig sieht hier ist normalerweise ein revier richtig für steinpilze wir wollen uns mal überraschen lassen bis später so ich bin jetzt im hang oben habe ich keine gefunden ich werde jetzt hier rechts den berg hoch gehen und würde mal traf ich mal das ist noch recht dunkel ich weiß gar nicht was erkennt auf dem video ist vielleicht noch ein bisschen früh für steinpilze so ich bin jetzt oben will so habe ich keiner gefunden war heute nicht mein tag wollte mir gerade einen kaffee kochen mit meinem triangel kein spiritus dabei an diesem sehr schönen plätzchen hier oben bin ich schon öfters da kommt nie jemand vorbei essential pack mit meinem lieblings messer ist eins ja dann werde ich mich wieder auf den rückweg machen das war wieder ein griff ins klo so bis zum nächsten mal so bin auf dem rückweg jetzt wieder den berg runter das war schon ganz schön steil befinde mich hier auf einen bildwechsel sehr häufig begangen ich gehe jetzt richtung fischerhütte und dann richtung parkplatz da steht ein re ich weiß nicht ob er sehen könnt steht ganz ruhig ich versuche mal ein stück näher zu gehen